Und jetzt kann man bestimmt viel damit machen. In den ganzen Ebenen, wo wir nichts machen können. Ich denk's auch. Boah, das heißt alles nochmal. Jede Etage. Boah, wir sind jetzt super. Unser Lebensanzeiger ist... Hab ich doch wieder gesagt. BAM! Hab ich dann gehört. Aber es ist nicht so schön. Jetzt muss ich gleich auskommen. Ja. Und jetzt... Jawoll. Und da ist gerade 5 drin. Nein! Zwei Kinder! Das sind Mädchen! Ich weiß, was das... Seenachen. Ich hasse Leute, die Waffen benutzen. Das ist eine andere Nummer. Ich hatte keine. Ich weiß, was das ist. Das ist eine Stinger. Wir haben neulich ein Tor in die Fabrik auf der Westseite. Das ist der ersten Etage. Das ist... Okay. Ja, ein paar Punkte. Okay. Genau, kommt bitte. Westseite... Das erste... ... Unglaublich. Unglaublich. Der summt. Ne, der summt. Fall aufsummten. Völlig falsch! Probier doch mal nachher! Ach, ja, ja, genau! Geht nicht! Es gibt gar nichts! Geht nicht! Das tut mir alle! 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 Tschüss! Tschüss! Jetzt wird ganz schnell zuhören! Ne, keine Kraft! Wir fangen alle! Was ist nicht bo cellen! Das ist nicht so, ich schaffst! Ich verstehe, ich schaffst! ... oder, ich schaffst! Ich schaffst! Ich schaffst! Ich schaffst! Was war hier oben? Der Helikopter. Kannst du den gerade in die Hände finden, okay. True story. Gut. So, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Na gut, einen hab ich nicht getroffen. Was hat denn jetzt nicht los? Oh, fuck. Geht schon gut los. Ihr Larm hat sich wieder erhöht. Oh, scheiße. Mit jedem Weg was zu werden. Zwei Larm muss. Wirst du dafür mit deinem Alarm zahlen. Oh, zahl drei. Irgendeine rote Karte? Geil. Ah! Ah, ah, okay. Die hat jetzt Karte eins bis drei. Geil, das ist cool. Müssen wir nicht darauf durchprobieren. Ja, aber echt. Wo sind wir da jetzt? Na, aber das heißt ja, wir haben trotzdem nicht sowas wie Karte vier. Wir haben trotzdem nur alle Türen, die von eins bis... Wir machen's, wenn's ja nicht weitergeht. Nee, also... Doch, da kommen bestimmt auf der anderen... Warum nicht? Da kommen wir bestimmt auf der anderen Seite von dem... Mach das jetzt schon? Ja. Soll ich nicht nochmal kurz hier weitergehen? Wir können doch... Probier mal die große Tür, das könntest du noch machen. Aber ansonsten... Wir wollten eben... Da ging's nicht weiter. Nee, ich mein, die Doppeltür hier... Die rechts von dir ist... Ja, genau, da wollte ich noch hin. Ja. Aber nicht nochmal alles ablaufen. Das wollte ich jetzt nicht mehr noch. Oh, wo ist denn das? Da muss man holen. Dann ist das also so im Zwischenland. Nee, den roten Tür. Nein, wo? Die auf der Doppeltür, ja. Das ist bestimmt erst ganz zu groß. Ja, dann komm, geh mal in den Müllschluchern. Weil dann landen wir bestimmt auf der Müllebene auf der anderen Seite. Do you know what I mean? Da waren noch die Wasserminen. Da waren noch mehrere Gänge noch. Und dann landen wir bestimmt woanders. Stimmt! Weißt das? Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist eben nicht doof. Nee. Nein. Rennen. Also greifen. Rennen. Was ganz anders. Ganz anders, wie man das nur mögen. Lass dich schlucken. Nicht sterben. Du kannst nicht sterben. Das ist ein Müllschluch, wenn ich so was ich alles kann. Hau, da war noch einmal die Falle. Fangen wir jetzt schnell weg. das ist ein bisschen toll ich wieder weil es ist immer an die selben stelle rauskommt also ist das ein kind das ist doch mal herunter zu gehen das ist doch egal wir müssen die jahre weil wir nicht alle türen ich möchte dir nur helfen zur seite stehen Genau wie dieser ewig lachende Fuchs. Da nach oben war, ja, dann noch eine Tür, ne? Ne, da war ein Öffnen, da war Munition. Da war Munition. Hier konnten wir nicht alle öffnen. Angefangen mit der Linken. Was war hier drin? Hier, noch rein. More Plastik. Sehr gut. Wenn der nach rechts guckt, ob ich dann noch dabei komme, dann erinnert. Ich würde ihn einfach töten. Ja. Gehen. Geht nicht. Ich meine, der Karte vereinfacht das nicht, ne? Ja, das ist eine gute Besserung. Ja. Ach, der Mund. Noch nicht. Jetzt. Oh, ich brauche. Jetzt glaube ich. Was ist das denn? Sind das die Raketen? Ja, war C-A-C-Raketen, ja. Und das die? Ja. Meinst du, meinst du? Ja, ja, Stinger-Raketen. Denkste, denkste, denkste. Ja, 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 ja. Und dann einfach rin und dann machst du sie platt. Können wir die Akku? Dann können wir die fliehen. Ja, dann können wir die Helikopter platt machen. Dann sind wir weiter. Jetzt mit den Raketen geht das? Naja, sicher. Stinger-Raketen. Hat er doch gesagt. Und das sind Raketen. Beim letzten Mal gab es noch Granatwerferunterschied und Raketen. Konnten wir da rein in die Tür? Ja, nee, konnten wir nicht. Darum kommen wir sie ausprobieren. Wir entdecken dich eher dann durch. Jetzt tun wir mal dasselbe. Ja, jetzt werden wir hin zum Tor. Ich muss mal Bescheid. Ich bin gleich tot. Ja, ist gut, er fliegt. Das sind die Raketen. Du musst dann kaum Aseneration. Ich bin gleich tot. In dir in Faustur. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Das ist mir sowas von egal. Aber ich bin gleich tot. Das ist auch gut. Zwei. Zwei? Nee. Nummer zwei. Hier. Hier war irgendwo eine Ration. Die holen wir jetzt. Nee, ich bin doch wo. Und nee. Du kriegst ein. So, kannst du mir hier alles öffnen? Weißt du das? Und noch? Oh, ich werde es jetzt auch nicht hier sehen. Ich werde mich nicht hier aufhören. Machst du doch nicht. Ich mache das. Okay. Ich werde mich nicht hier aufhören. Du Angst fährst. Da kommt hier aufhören. Schalte einfach. Das ist verarsch. Jetzt warte ich, bis der nach unten geht. Und dann hole ich ihn vorabel. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Halbgerstand, zieh den Zähnungs! Ja, jetzt auch, das ist ja alles nicht so, wie ich das anfange. Mann! Awww. Die Kack-Kranze fahr weg jetzt. Die Kack-Kranze fahr weg. Oh, die Kack-Kranze fahr weg. Awww. Ein Vorstuhl war bei eins wenigstens immer Schluss, ja? Ich fang jetzt nochmal hier an, weil hier war ja noch dieses kleine Dingle an. Weißt du wo lang? Nee, ich probier halt alles. Alles. Okay, hier war's lang, da geht's nicht klar. Da war... Da war noch die Strahlendinger. Da war aber noch die Tür. Hier war noch nicht die Strahlendinger. Waren woanders. Da war kein Licht, ist nicht das? Ich weiß nicht, er sieht dich. Er sieht dich. Jetzt glaub ich nämlich da, wo die Kamera ist. Wo er halt... Wie sieht die Kamera aus? Wie sieht die Kamera aus? Wie sieht die Kamera aus? Ja... Wie viel geht's denn mit dem Handwerk? CORRECT! Gut. Dann haben wir das hier auch wieder. Checkt. Checkt, 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 checkt! Checkt das. Checkt das auch. Check in. Okay, ganz viele Leute mal checken. Schreibe im Check. Was? Aber hier waren wir überall. Ich hasche vier. Die haben eine neue Karte, die drei. Ja, aber hier waren wir überall, ne? Ich mein, wir haben jetzt auch die Stinger-Raketen. Nehmen wir mal eine Stinger-Raketen, äh, die RC-Raketen. Ich geh davon aus. RC-Raketen sind Stinger-Raketen, dann haben wir ja eigentlich das, was wir brauchen, um am Helikopter vorbeizukommen. Ne, also für alle, die da draußen denken, wir können nicht kombinieren. Können wir es auch nicht. Machen wir das jetzt. Oh, ja. Hab ich jetzt schon aber vergessen, bis zum Wald gehen. Ja. Wir bräuchten noch so eine coole Fahrspür, das darf ich noch mal gucken, ob ich Narration kriege. Du hast ja auf deiner Such-Narration hin, dass wir auch verloren sein werden. Das ist ja alles. Das ist eigentlich so blöde. Du hast ja deinen genialen Plan, und deine Übersetzung. W- Vielleicht kommt er auf dem Weg, jetzt wird er auf dem Weg bis zum Wald und den Weg in den Weg in den Weg in den Weg in den Weg. Fanglas! Hä? Fanglas kann in den nächsten Raum. W- Der weg ist. Okay, es geht nicht. Es geht nur nach unten, ne? Oh, das ist so. Oh, Idee wir haben. Alter! Ich wollte weniger da oben. Alter! Zieh's dir rein. Ich bin dabei, ich muss mir das nicht reinziehen. Hat man zu füllen, jetzt sind es noch zwei. Sie sind überall. Sie kommen aus der Hölle. Musik. Besser. Ja. Das stimmt. So, und jetzt? Was? Ja, genauer rein, wie man so aussehen muss. Und jetzt? Zum Ball. Oh, ich hab geschossen, als der... Ja, das ist... Wo ging's denn lang? Nach oben. Unter, ne? Nein. Du sagst... Sehr überwitzig. Nein! Nach oben durch die Tür. Lauf ich jetzt links hier am Rand hoch. Mach halt, mach halt. Du willst wieder zu der Tür, wo wir die rote Korte geschaffen haben. Nein! Eben nicht! Ich? Bist du dir hundertprozentig sicher? Wenn ich recht habe, kriegst du fünf Euro. Da rein? Ja. Links. Du bist gut. Krieg fünf Euro. So ne Scheiße, ne? So ne Scheiße, ne? So ne... Ich... Da! Ah! Die Tür kann man noch nicht mit drei ausprobieren. Kein Ding, mach mo'. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht ernst genommen, denn ich meinte natürlich zehn Euro. Mach mo' nix. Ah, sehr gut. Go. Geil, oder? Wird ja nicht. Noch mehr. Aber wir sind weiter als vorher, ne? Auf jeden Fall! Wie das Ding rein geht, passt jetzt schon. Zehn, ach. Zehn, ach. Zehn, ach. Haha. Wow. Ich wusste es. Das passiert ständig. Ja. Du hast recht gehabt. Aber auch ich hab die mit der Tür gehabt. Ah! Siehst du, wie war's noch gar nicht? Ich weiß es nicht. Ah. Beklammern. Eine Worte im Sack. Sechs. 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 Das war's. Das war ja nicht viel. Überall stehen Panzer rum, weißt du? Aber ich seh keinen Metal Gear. Hast du vielleicht einen Metal Gear? Ich seh keinen Metal Gear. Metal Gear? Metal. What is Metal Gear? Metal. What is this? Metal. What is this? Der Appa! It is... It is aus Metal. When skiert? When skier. Nach Mach. Muss man jetzt hin. Nicht mehr durch den Sumpf. Ne. Damit sind wir wieder. Geradeaus. Und durchs Minenfeld und dann schießt ihr den ab. Und dann sind wir weiter und dann ist die Folge auch nicht vorbei. Und will nach Hause. Eine Ration, man. Ist ja auch egal. Muss ein bisschen ausweiten. Bisschen falsch. Ne, ne. Aber richtig. Du bist richtig. So. Ich sollte den Lamin zu holen. Ja, und stell dir mal vor, du wärst ja jetzt René abtreten. Das wär ja kacke gewesen. Ne, René. Scheiße. Du verlierst deine Gesundheit sowieso höher. Außer. Gut, du gehst. Okay. Du verlierst die Energie. Ha! Oh, so gut. Jetzt wird's ja auch wieder außen. Außen, außen, außen. Außen noch geht's nicht. Ja! So gut. I know. Hier war auch noch irgendetwas drin. Oh, oh. Wir haben jetzt Schallernbonne. Schallernbonne. So, ja. Den hebst du dir jetzt wohl vor. Enduration. Yeah. Call Emulation. Alter, Oli. Jetzt. Ich bin die ganze Folge gar nicht dran gewesen. Ist das aufgefallen? Nee. Ich hab eh viel zu gut gemacht. Das ist ja echt angebermäßig. Das ist nicht dran. Ich nicht. Doch, am Anfang müssen wir sagen. Ja, einfach. Oh, das ist schlecht. Das Leuchten und Zeugnis hat über meine Spielführendigkeit. Ach, genial. So. Was muss ich tun? Das Dingerrakete. Das Dingerrakete, genau. Und der Tipp war, dass du, wenn der entgegengesetzt kommt, auf den schießt. Ist dir das bewusst? Nein. Was haben wir da noch? Guck mal. Was haben wir da noch? Da ganz unten? Ja, das ist geil. Was haben wir da noch? Soll ich schon mal? Nee. Das macht bestimmt keinen Sinn. Es klappt bestimmt nicht. Es verschwendet immer nicht so. Was hast du denn da noch im Inventar? Da unten. Wo hab ich denn die her? Ich probier das. Was? Was? Ja, sorry. Der hat nix gut. Nee, aber vielleicht läuft der durch. Wenn du triffst. Denk nicht gut.